Grüezi miteinander! Moment, Moment, Moment! Appenzellerinnen und Appenzeller, die diese Serie an Kantonen verfolgen, werden sich ob des Titels und des Titelbildes empört fragen, was dem selten dämlichen Schafsäckel eigentlich einfällt, beide Appenzelle in einem Video vorzustellen. Das sind zwei Kantone. Ja, das sind sie, und das sei auch mit Nachdruck betont. Aber mit den beiden Appenzell besuchen wir heute zwei Kantone mit halber Standesstimme. Umgangssprachlich als Halbkantone bezeichnet. Und diese Halbkantone zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus. Sie steuern bei einer Volksabstimmung jeweils nur eine halbe Standesstimme zum Ergebnis bei. Die 26 Kantone besitzen also 23 Standesstimmen, eben weil es sechs Halbkantone gibt. Und in den Ständerat, in die kleine Kammer, entsenden Halbkantone nur einen Ständerat, nicht etwa zwei. Ansonsten sind das Kantone wie alle anderen auch. Mit eigener Verfassung, eigenem Parlament und so weiter. Jetzt liegt der Fokus dieser Kantonsreihe, wie man bisher unschwer erkennen konnte, auf der Geschichte der jeweiligen Kantone und vor allem, wann und wie die einzelnen Gebiete zur Schweiz gestossen sind. Appenzell ist zu Beginn des 16. Jahrhunderts eben nicht als zwei, sondern als ein einziger Ort der Schweiz beigetreten. Und da beide Appenzell diese Geschichte natürlich teilen, fasse ich beide Kantone in einem Video zusammen. Betone aber noch einmal mit Nachdruck, dass das zwei eigenständige Kantone sind. Appenzell-Inneroten und Appenzell-Ausseroten. Wer mitgezählt hat, der wird feststellen, dass wir bereits zehn Kantone besucht haben. Damit bleiben also noch 16 Kantone übrig, von denen sechshalb Kantone sind. Insgesamt also 13 Stände. Und da klingelt es bei einigen sicherlich. Mit dem Kanton Appenzell schneiden wir die 13 alten Orte der schweizerischen Eidgenossenschaft an. Und der Kanton Appenzell war 1513 der 13. Ort, der diesem Bund beigetreten ist. Aber noch ein wenig weiter zurück. Die Appenzeller unterstanden dem Abt von St. Gallen und hatten Zinsen und Abgaben zu entrichten. Dieses Verhältnis begann immer mehr zu bröckeln, denn die Appenzeller hatten nur wenig Lust, das Knie vor irgendjemandem zu beugen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ihr erinnert euch noch an die Folge mit St. Gallen, traten St. Gallen und eben auch Appenzell dem schwäbischen Städtebund bei. Beide Parteien versprachen sich so eine Besserstellung ihrer Regionen. Zum Missfallen der Appenzeller wurden sie durch den Städtebund aber den Städten Konstanz und St. Gallen unterstellt. Und auch damit waren sie nicht zufrieden. Abt Kuno von Stoffeln von St. Gallen schloss 1392 ein Bündnis mit dem damals mächtigen Österreich. Appenzell hingegen verbündete sich mit der Stadt St. Gallen. Die Stadt St. Gallen und die Fürstabtei St. Gallen sind zwei unterschiedliche Dinge, deswegen nicht verwehren lassen. Die Bodenseestädte, darunter auch Konstanz, beendeten dieses Bündnis zwischen Appenzell und der Stadt St. Gallen aber 1402 bereits wieder. Und in diese Zeit fallen wohl die mit Abstand wichtigsten Entscheidungen, was die Zugehörigkeit der Ostschweiz zur Schweiz betreffen. Die Appenzeller Kriege, die ab Beginn des 15. Jahrhunderts bis 1429 wüteten. In diese Zeit fielen heroische Siege wie 1403 bei Vögelinseck oder 1405 am Stoss der berühmten Schlacht mit dem Appenzeller Volkshelden Ueli Rothach. Über ihn und diese Schlacht habe ich bereits ein eigenes Video erstellt. In der Infobox und der Videobeschreibung werde ich es verlinken. Die Appenzeller wurden aber auch in mehreren Gefechten und Schlachten geschlagen und ihre Eroberungen im Rheintal und weiter östlich gingen verloren. Wie 1408 bei Bregenz oder 1428 beim entscheidenden Gefecht bei Herisau. Diese Wirren der Appenzeller Kriege hatten aber zwei ganz entscheidende Aspekte. Erstens, 1411 trat Appenzell in ein Burg- und Landrecht mit den Eidgenossen. Das Land Appenzell war somit ein der Eidgenossenschaft zugewandter Ort und die Eidgenossen selbst verfolgten im Appenzeller Land auch eigene Interessen. Und zweitens, 1429, als die Appenzeller Kriege beendet waren, wurde der Streit zwischen der Fürstabtei St. Gallen und Appenzell durch eidgenössische Schiedsprüche geregelt. Zwar mussten die Appenzeller weiterhin Abgaben an die Fürstabtei bezahlen, aber sie waren ja nicht mehr direkt unterstellt und mehr oder minder zur Eigenständigkeit gekommen. Ab 1411 war das Land Appenzell, also der Eidgenossenschaft, unterstellt. Zwar nicht mehr mit derart engen Vorgaben der eigenen Verwaltung wie zu Zeiten der Fürstabtei, aber auch hier hatten die Appenzeller zu gehorchen. Und das taten sie. Beispielsweise in den Schwabenkriegen um 1500 entsendeten die Appenzeller ihre Truppen, um die Eidgenossen zu unterstützen. Trotzdem wurde dem landwirtschaftlich geprägten Appenzell die Aufnahme als vollwertiges Mitglied mehrfach verwehrt. Eine für Appenzell glückliche Fügung war der grosse Venezianerkrieg, in dem die Eidgenossen mehrere Schlachten gegen Frankreich schlugen. Beim erfolgreichen Feldzug der Eidgenossen gegen das französische Dijon erhielten die Schweizer finanzielle Versprechungen von Frankreich. Die wurden aber nicht eingehalten. Die ungewisse Lage zwischen Frankreich einerseits und Kaiser Maximilian andererseits stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl und noch im selben Jahr, also 1513, wurde Appenzell das 13. Mitglied der Eidgenossenschaft. Das Land Appenzell war zu jener Zeit noch ein Ort, doch das sollte er ab seiner Aufnahme als Mitglied der Eidgenossenschaft keine 100 Jahre bleiben. Die Reformation in Europa spaltete das junge Appenzellerland. Die äusseren Roden waren überwiegend evangelisch, die inneren Roden klar katholisch. Diese Konflikte brodelten jahrzehntelang vor sich hin. Bis zum Jahre 1588, als das Land Appenzell eine Einladung erhielt, einem Soldbündnis beizutreten. In diesem Soldbündnis befanden sich sechs katholische Orte der Eidgenossenschaft, das damals Habsburgische Spanien und das Herzogtum Mailand. Für die inneren Roden natürlich eine günstige Gelegenheit. Man erhielt Verdienstmöglichkeiten, konnte die wachsende Bevölkerung besser versorgen und den katholischen Glauben festigen. Weniger begeistert waren natürlich die reformierten äusseren Roden. Die hatten selbstredend überhaupt kein Interesse daran, den katholischen Glauben zu festigen oder katholischen Bündnissen beizutreten. Das Unterzeichnen dieses Soldbündnisses konnte durch die Hilfe anderer evangelischer Orte der Eidgenossenschaft etwas hinausgezögert werden. Bis sich die inneren Roden 1596 dazu entschlossen, das Soldbündnis einfach zu unterschreiben, ohne die Einwilligung der äusseren Roden. Und das war den Protestanten dann auch genug und das Land Appenzell wurde mit eidgenössischer Hilfe endgültig in die katholischen inneren Roden und in die evangelischen äusseren Roden getrennt. Der Landteilungsbrief von 1597 besiegelte also das endgültige und bis heute andauernde Ende des vereinten Appenzell. Die Landteilung fand übrigens in beidseitigem Einvernehmen und unblutig statt. Gerade zu Zeiten der Reformation und den anhaltenden Konflikten zwischen Protestanten und Katholiken keine Selbstverständlichkeit. Der Name des Kantons Appenzell stammt aus dem Lateinischen. Abacella oder Abatiscella bedeutet Zelle oder Gutsbesitz des Abtes. Und als Roden bezeichnete man die Verwaltungsbezirke dieser Regionen. Und klar, die inneren Roden, inner Roden, lagen innen, die äusseren Roden, ausser Roden, lagen außen. Hinter den Wappen stecken, sagen wir, ganz lustige Geschichten. Lustig im Sinne von, es zeigt ein wenig, wie die Appenzeller ticken. Aber von vorn, einen Bären im Wappen zu führen, das ist erst einmal nichts Spezielles oder Einzigartiges. Interessant ist aber, dass der Bär ziemlich genau jenem nachempfunden ist, den die Stadt St. Gallen heute noch als Wappentier verwendet. Und das ist kein Zufall, denn das Wappen der Fürstabtei St. Gallen, ihr wisst noch, denen war Appenzell untertan, führte ebenfalls diesen Bären als Wappentier. Dass die St. Galler den verwenden, geht auf eine Legende zurück. Der Namengeber der Stadt St. Gallen, der heilige Gallus, soll einem wilden Bären, der Essen stehlen wollte, den Befehl erteilt haben, ein Holzscheit zu holen und den ins Feuer zu werfen. Danach erhielt der Bär als Lohn ein wenig Essen und der heilige Gallus soll den Bären im Namen des Herrn befohlen haben, in die Berge zurückzukehren und nie wieder zurückzukommen. Und der Bär gehorchte. Jetzt ist es natürlich möglich, dass die Appenzeller dieses Symbol der Galluslegende mochten. Es ist aber mindestens genauso gut möglich, dass die Appenzeller exakt diesen Bären als Wappentier aussuchten, weil sie eine klare Botschaft Richtung St. Gallen aussenden wollten. Und noch dazu wohl wussten, dass das Übernehmen des Wappens die St. Galler ärgern würde. Den gelben Hintergrund haben die Appenzeller durch einen weissen oder heraldisch-silbernen ausgetauscht. Jetzt gab es ja 1597 eine Landteilung. Und der Schiedsspruch der Eidgenossen sah vor, dass Innerroden das Wappen weiterhin verwenden darf. Ausserroden musste ein eigenes erstellen. Und die mehr als unkomplizierten Ausserrödler haben das Wappen mit den Buchstaben U und R ergänzt, was nichts anderes bedeutet als Ausserroden auf Schweizerdeutsch. Ausserrode. In alten Schriften habt ihr bestimmt schon gesehen, dass das U genauso dargestellt wird wie das V, genau wie auf dem Wappen von Appenzell Ausserroden. Im lateinischen Alphabet gab es lange Zeit keine Unterscheidung zwischen V und U und beide Buchstaben wurden in der Variante mit dem Spitzenende geschrieben, das nur am Rande. Die religiöse Prägung ist zumindest in Appenzell Ausserroden mehr oder weniger verschwunden. Die etwa 55.000 Einwohner von Ausserroden teilen sich einigermassen gleichmässig auf die Konfessionen auf. Die 16.000 Einwohner in Innerroden sind aber immer noch klar katholisch geprägt. Mit diesen 16.000 Einwohnern ist der Kanton Appenzell-Innerroden auch der mit Abstand kleinste Kanton der ganzen Schweiz, bevölkerungsmässig. Flächenmässig ist nur noch Basel-Stadt kleiner. Für politisch interessierte Menschen sind die beiden Kantone aus vielen Gründen hochinteressant. Im Kantonsparlament von Ausserroden lassen sich parteipolitisch nur schwer Trends ablesen. Ein Drittel der Räte sind unabhängige und in fast allen Gemeinden in Ausserroden werden die Sitze im Kantonsparlament per Mayorts, also Mehrheitswahlrecht, zusammengestellt. In Innerroden lassen sich parteipolitische Präferenzen noch schwerer ablesen, denn die Parteizugehörigkeit wird hier nicht angegeben. Es gibt auch keine Fraktionen oder dergleichen. Auch eine Einzigartigkeit. Es lässt sich aber schon sagen, dass die beiden Appenzell zum konservativen Osten gehören. Und damit kommen wir natürlich zum weiblichen Elefanten im Raum, dem Frauenstimmrecht. Die Schweiz hat das Frauenstimmrecht auf Bundesebene 1971 eingeführt. 1959 stimmten die Schweizer Männer noch dagegen. Und in keinem anderen Kanton war das Nein derart wuchtig, wie in Appenzell-Innerroden. Wahnsinnige 95% der Innerrödler Männer sagten 1959 Nein zum Frauenstimmrecht. Da verblassen sogar die 84,5% der Ausserrödler. Und auch 1971, als die Mehrheit der Schweizer Männer endlich das Frauenstimmrecht akzeptierte, stimmten über 71% der Innerrödler noch dagegen. Die Ausserrödler mit 60%. Die Ausserrödler Männer konnten sich erst 1989 dazu durchringen, das Frauenstimmrecht auf Kantonsebene anzunehmen. Und dann ging es um den Jahrhundertentscheid. An der Ausserroder Landsgemeinde wird im Unterschied zu den anderen Landsgemeinden nicht über Vorlagen diskutiert. Wer das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einführen will, der hebe seine Hand. Wer das Frauenstimmrecht nicht einführen will, der bezeuge es mit der Hand. Ihr habt der Einführung des Frauenstimmrechts auf kantonaler Ebene zugestimmt. Das, was da vor sich ging, nennt man Landsgemeinde. Das ist eine verfassungsmäßige Versammlung aller stimmberechtigten Einwohner. Das gab es früher in vielen Deutschschweizer Kantonen, heute existiert die Landsgemeinde nur noch in Klarus und Appenzell-Innerroden. An der Landsgemeinde in Appenzell-Innerroden wird übrigens auch der Ständerat des Kantons gewählt. Ebenfalls einzigartig. Und wer denkt, dass die Ausserrödler mit ihrer Annahme 1989 ja sehr spät einsichtig geworden sind, der wird staunen, dass die Innerrödler das Frauenstimmrecht überhaupt nie angenommen haben. Die mussten 1990 per Entscheid des Bundesgerichts zur Einführung des Frauenstimmrechts auf Kantonsebene gezwungen werden. Und damit waren 1990 die allerletzten Schweizerinnen ihren männlichen Landsleuten in Demokratiefragen gleichgestellt. Jetzt will und muss ich für das Appenzellerland aber eine Lanze brechen. Denn manchmal liegen reaktionäre und erstaunlich offene Gesinnungen sehr nah beieinander. Der Kanton Appenzell-Ausserroden, ihr erinnert euch, der 1989 das kantonale Frauenstimmrecht einführte, hat bereits 1996 den selben Weg eingeschlagen, den wir schon im Kanton Graubünden kennenlernten. Gemeinden in Ausserroden dürfen selbstständig entscheiden, ob Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene an der Demokratie teilnehmen dürfen. Und von den 20 Gemeinden haben das vier eingeführt. Und nicht irgendwann. Schon 1999 war die Gemeinde Wald die allererste Deutschschweizer Gemeinde, die Ausländern auf Gemeindeebene demokratische Rechte einräumte. Und das ist schon bemerkenswert. Zwischen der Einführung des Frauenstimmrechts und der Einführung eines Stimmrechts für Ausländerinnen und Ausländer lagen in der Gemeinde Wald lediglich zehn Jährchen. Also behaltet das vielleicht im Hinterkopf, wenn ihr etwas Suffisantes über die Appenzeller schreiben wollt. Und was ich auch spannend fand, in der Gemeinde Wald leben ca. 80 Ausländerinnen und Ausländer. Und ich hoffe, alle, die die Bedingungen erfüllen, nehmen rege am Gemeindewesen teil. Auch speziell verhält es sich mit den Hauptorten. Der Hauptort des Kantons Appenzell-Innerroden ist das namengebende Dorf Appenzell mit 5800 Einwohnern. Der Kanton Appenzell-Ausserroden hat, genau wie die Schweiz, rein rechtlich keinen Hauptort. Bis 1997 fanden die Landsgemeinden noch jedes zweite Jahr in Troggen statt. In Troggen sind auch die höchsten Gerichte des Kantons ansässig. Das Parlament und die Kantonsregierung haben ihren Sitz aber in Herisau. Und da Herisau mit 15800 Einwohnern auch wesentlich grösser als Troggen ist, ist es de facto der Hauptort des Kantons Appenzell-Ausserroden. Offiziell ist das aber nirgends festgelegt. Das Anpreisen des Appenzeller-Landes erübrigt sich. Dort findet man jene Landschaften und Dörfern, die man jeweils auf den Schweizer Postkarten sieht. Bergige Landschaften, weite Täler, saftige Wiesen und blühende Panoramen. Was an den Appenzellern heute noch einzigartig ist, ist ihr Dialekt. Der, wenn sehr schnell und etwas undeutlich gesprochen, sogar andere Schweizer vor Herausforderungen stellt. Hier eine Kostprobe, aber eine sehr deutliche. Ein Zürcher-Tourist kommt auf Appenzell mit einem unglaublich nobelen Wagen. Ein amerikanisches Auto. Riesig. Und er sucht den Weg in Ahorn, wo wir dann noch während hergehen. Bergrestaurant Ahorn. Und er sieht am Strassenrand ein kleines Büöbli, der dort sitzt. Er fährt hin, lässt die Scheibe ab und sagt, ob er den Weg in Nahorn klären könnte. Und er sagt, ob er Französisch könne, den Zürcher. Dann sagt er natürlich, er hat ja doch Französisch gelernt, er hat ja höhere Schulen besucht, da kommen wir. Dann sagt er, dass das Büöbli dann sei es gut. Soll er einfach diese Strasse noch weiterfahren? Der Zürcher fährt mit seinem dicken Klappfahrt und über zwei, drei Kilometer wird die Strasse alle schlechter. Zumal die Strasse fettig, er sitzt im Seich draussen, im Metz zum Lauch draussen, alles verdreckt, fängt an zu spulen, Händisch und Fischi holt sich noch eine Bühle, haben wir eine Pfanne, natürlich eine Riesenwut. Er fährt wieder mit Mühe und Not die Strasse zurück, das Büöbli ställt alle noch am Strassenrand und der Zürcher fängt an zu fluchen und tun, was das für eine Frechheit sei. Touristen, der weg zum Narren halten, das sei doch gar nichts. Dann sagt er, er soll nicht so tun, er hat extra noch gefragt, ob er Französisch könnte. Natürlich könnte er Französisch, aber er beginnt mit dem blöden Weg zu tun. Dann sagt er, er muss nicht so tun. Die Lehrer haben heute Morgen in der Schule gesagt, ob Französisch kommt überall durch. Er hat ein Freund, einem Appenzell, der gefragt, wieso die Gaufer alle mit den Bauern Füssen rumlaufen. Und er sagt, sie kommen dann so auf die Welt. Puh, ich hoffe, ihr nehmt mir die etwas längere Folge nicht übel, aber es waren ja gleich zwei Kantone und mit Appenzell Ausserroden war sogar einer meiner drei Heimatkantone involviert. Das war also Appenzell, der letzte oder in unserem Fall der erste Kanton der 13 alten Orte. Mit einer unblutigen Trennung von Katholiken und Protestanten, einem Wappen, das den St. Gallern auf den Keks gehen sollte und einer Landschaft, die man sonst nur auf Postkarten findet. Merci fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Dann setelze Vielen Dank.